Was ist das Corona-Schutz-Maßnahmen-Paket? Das Spiel. Man hat sich vorher seinen Platz reserviert. Man nimmt sich sein Hütchen, geht an seinen Platz und fertig. Desinfektionsmittel, Masken, alles am Start. Hier nochmal die Regeln. Maskenpflicht, Hinweis, maximal 9 Personen. Da weiß jeder, was los ist. Überall die Hinweise. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020